Fanpost meine lieben Freunde! Ja und zwar von... äh... Cold Check. Ja stimmt. Cold Check, genau. Cold Check, Entschuldigung. So. Ich weiß, du hast lange gewartet. Es hat halt nicht immer so ganz funktioniert, deswegen mussten wir jetzt leider erst am Montag dahin. Und jetzt haben wir es endlich. Und jetzt packen wir das mal aus. Schauen wir mal, was haben wir denn? Oh, wir haben was Gemaltes. Ui. Was haben wir denn hier? Ein Minecraft Xarok. Oh. Ein Minecraft Xarok. Wie süß. Das ist ja cool. So ein Schal an oder so. Ein Schal? Da ist sowas gepunktetes. Das sind meine Zähne. Ach, Entschuldigung, das habe ich von hier nicht gesehen. Vielleicht. Zeig mal deine Zähne. So. Hallo Xarok, ich bin Cold Check Zockt TV und wollte dir sagen, dass du der beste YouTuber der Welt bist. Eigentlich würde ich dir mehr schicken, aber ich weiß nicht, was ich dir schicken soll. Nächstes Mal gibt es aber mehr. MFG Cold Check Zockt alias Bini. Was haben wir hier gewandert, macht es schön. Das ist sein Stichname. Schau mich an. Eine Esel. Oh, wie süß. Mach es nicht kaputt. Ne, mach ich nicht kaputt. So. Müssen wir das hier weg machen? Ne, nein. Nein, das hat er glaube ich nur da drauf, damit er schreiben kann. Ach so. Ah. Ist es am Computer geschrieben? Ja, ja, ist am Computer geschrieben. Das ist eine gute Idee. Dann kann man es nämlich lesen. Dann kann auch Xarok das lesen. Cool. Ja, schön. Vielen Dank Cold Check Zockt. Auf jeden Fall geil, das kann man da irgendwo dann hinhängen. Oh, der Esel ist süß. Der Esel ist cool, gell? Ich hätte gerne einen Esel. Du bist ein Esel. Du bist ein Eselspaar. Ein Eselpaar. Ja, vielen Dank für diese wunderschöne Fanpost. Liebe Leute, wenn ihr auch Fanpost schicken wollt, einfach... Und ihr müsst auch nicht viel schicken. Wir freuen uns immer so einen kleinen Brief. Das ist voll schön. Brief oder sowas. Ja, voll süß. Oder was hier auch immer geht, ist, wenn ihr eine Briefmarkung, Briefumschlag hinzufügt mit eurer Adresse drauf. Dann kann man euch sogar eine Autogrammkarte zurückschicken. Genau. Und das Ganze müsst ihr einfach Postfach 11 20 856 10 Gersion schicken. Schreibt es auch nochmal unten in die Beschreibung rein. Und dann könnt ihr da auch Fanpost schicken, sagen, ob ihr das im Video vorgestellt haben wollt. Oder whatever, whatever. Ja, schön. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.